Mein Name ist Reinhard Wachmann, wohne in Mülleiten, bin Unternehmer und aktives Gemeinderatsmitglied. Der Umgang mit Steuergeldern erfordert eine hohe Budgetdisziplin und finanztechnisches Fachwissen. Beides ist bei den derzeit agierenden und verantwortlichen Parteien in der Stadtregierung stark unterentwickelt. Darum möchte ich Verantwortung übernehmen, um nicht nur die Finanzen zu konsolidieren und zu sanieren, sondern vor allem finanzielle Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir Grossensersdorf und die Katastralgemeinden zu dem machen können, was sie sich und die Bürger verdient haben.